119 zum Vorbericht vor dem Spiel gegen Union Berlin am Sonntagabend, 19.30 Uhr, erst am Pfiff, wir sind zurück im alten, bekannten Setup, deswegen das Greenscreen finde ich auch irgendwie qualitativ einen Tacken hochwertiger, freue ich mich sehr darüber, wieder den Greenscreen hinter mir haben zu können, hier legen wir los, what the fuck Spiel in Wolfsburg und ja, alles fing dann schön an, mit einer schönen Kurio auswärts, top, dann eben das Spiel, schlechte erste, der Halbzeit, Hoffnung halt doch da gewesen, weil du eben Dinge getan hast, die du sonst nie tust, Tore aus nichts, unverdient Tore erzielen, das hast du getan, ging es eigentlich schön mit einem psychologisch wertvollen Zeitpunkt, kurz vor der Halbzeit, mit dem 2-2 in die Halbzeit, eigentlich war das Momentum quasi auf deiner Seite, in dem Sinne, Aussage auch von Rino in der Halbzeitpause, die, die es mehr wollen, gewinnen hier und das war dann wohl Wolfsburg, Silas, Latte, sonst ist nicht viel passiert in der zweiten Halbzeit, von Wolfsburg auch nicht, muss man auch sagen, die zweite waren wir besser, die erste ganz klar Wolfsburg, 91. dann Gerhard und man verliert halt so im direkten Duell in Wolfsburg, man schenkt Wolfsburg diese drei Punkte, die waren nicht gut, wir waren auch nicht gut, aber ja, man schenkt halt denen das Ding, zum Beispiel Müller, 2-1 von Wolfsburg, war geschenkt, klar, gestechte Torwartfehler, wissen wir alle, 3-2 waren gefühlt wirklich defensive plus Müller, irgendwie alle desolat, von der Stellung hinter, in der Verteidigung hinten, alles völlig bescheuert, was da abgeht, mit dem 3-2, wie man das so unkonzentriert aggieren kann, in den letzten Aktionen gefühlt vom Spiel, ist mir ein Wunder und dann, ja, wie es auch öfter auf Twitter stand, zum Beispiel, schlechtes Zeichen vom Team irgendwo auch, scheinbar mussten quasi die Spieler richtig aktiv zum Auswärtsvlog gebracht werden, gescheucht werden fast, ja, Postmatch-Interviews wurden auch so ein bisschen gescheut vom VfB nach dem Spiel, alles keine guten Zeichen, man hat weder Punkte liegen lassen im direkten Duell diesmal und steht auf Platz 16. Rhinos letztes Spiel und die Frage muss man halt stellen und die Fragen Stellung muss man einfach bringen mittlerweile leider, auch wenn ich es nicht will, aber ist einfach so, es gab Rückendeckung für Rhinos von Missinat und Co., auch von den Spielern nach der Pleite, alles schön und gut, trotzdem wurde aber auch berichtet, dass er vor allem noch diese zwei Spiele hat, gegen Union jetzt, Tabellenführer, wird nicht einfach und dann der Pflichtspiel und auch Pflichtsieg gegen Bochum nächste Woche, Samstag, aber wer weiß, das ist halt auch das Ding, wenn du gegen Union schon eine richtige Klatsche bekommst, und irgendwie klar wird, yo, das Team hat auch keinen Bock mehr, da passt nichts mehr zusammen oder so, die reagieren nicht mehr auf den Trainer und so, könnte es auch sein, dass wir gegen Bochum vielleicht schon einen neuen Trainer auf der Bank sitzen haben, weil irgendwann bist du einfach zu weit abgeschlagen, so sehr ich gerne unter Rhin und die Wände will, das bleibt natürlich weiter meine Hoffnung, ganz klar Geschichte, irgendwann bist du zu weit abgeschlagen, irgendwann sind es eben die Statistiken, die wir jetzt aktuell haben, 42 Bundesligaspiele, sieben Siege nur, dieses Kalenderjahr, nur drei Bundesligasiege, wenn man ehrlich ist in der Zeit, in dieser spannenden, von diesen 42 Spielen, wir normalerweise zwei bis drei Trainer bei uns geflogen in Vergangenheit, nicht, dass es gut heißen würde, aber es ist schon sehr krass oder sehr viel, ja, Kredit, die wir Matarazzo geben und Zeit, die wir geben und Hoffnung, die wir reinstecken in eben diese, ja, den neuen VfB, sage ich jetzt mal, Kandidaten gibt es natürlich schon, die scheinbar hintergrund so ein bisschen gearbeitet werden, alles andere wäre auch unprofessionell, da wären Hütter und Hoeneß genannt, die würden zumindest vom System her passen, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, wie die nächsten Spiele laufen. Chaos Spiel, denn das wird es wahrscheinlich, Nummer 1, du hast diese beknackte Anstoßzeit, Sonntag 1930, das ist schon mal nicht so geil, liegt natürlich an Union, klare Geschichte, haben wir Europa League gespielt, ne, drumherum könnte es aber eben auch wild werden, das meine ich vor allem mit Chaos Spiel, kommt nämlich einiges zusammen, wir haben den letzten Tag vom Vasen, am Wochenende, am Sonntag eben auch, und über 40.000 Zuschauer beim VfB. Okay, um 21.30 Uhr, auch interessant, endet das Musikfeuerwerk, das den Vasen beendet, auch schön, vielleicht hört man davon was, oder sehr wahrscheinlich hört man davon was im Stadion. Mercedesstraße ist wohl schon ab 9 Uhr gesperrt, auch die Rosensteinbrücke ist gesperrt, die Konrad-Adenauer-Straße ist wohl auch teilweise gesperrt, also wird auch schon berichtet, so Autofahren, eher eine schlechte Idee am Sonntagabend und soll frühzeitig und eben mit den Öffentlichen anreisen. Danke, STR, hab's schon auch zeitig danach, nachdem es klar war, was da los ist, in meine Insta-Story reingepostet, die Jungs von STR-Podcast haben in ihrem neuen Podcast, halbe Stunde ging es, den glaube ich grob, veröffentlicht eben, dass sie aufhören, zieht euch da gerne in den Podcast rein, für die genauen Gründe, finde ich absolut verständlich natürlich, gleichermaßen extrem, extrem schade. Ich werde nicht der Einzige sein, der diesen Podcast extrem vermissen wird, auch irgendwo, die Größe von dem Ganzen, auch was der Podcast angenommen hat, sieht man auch zum Beispiel an dem Post, den ich jetzt hier drin hab, von Klaus Vogt, der sich bedankt bei denen und quasi denen alles Gute wünscht und so, mit Missend hat dieser dicke Podcast, der wirklich richtig dick seine Wellen geschlagen hat, ein grandioser Podcast, haben sie auch gesagt, in der neuen Podcast-Folge hast du jetzt als nächsten Gast, den sie eingetisert hatten, hätten sie Werle gehabt, da ist eine Größe da, eine Wichtigkeit auch für die Fans und für den Verein irgendwo auch, von diesem Podcast, der Draht zum Klub, die Infos zum Klub, diese Analysen von Ricky und so weiter, sehr, sehr schade, dass das, ja, beendet ist, vielleicht gibt's irgendwie noch ein Comeback, aber wirkt ja eher nicht so. Starke Aktionen, nämlich die Ultras unterstützen mal wieder gute Aktionen in der Region, in Stuttgart, es gibt eine Spende an den Frauenhelfen, Frauen Stuttgart e.V. und eben vor allem, natürlich gibt es noch viel mehr drumherum, ich hab's das noch mit reingenommen, was auch noch aktuell ist, es gibt viele Aktionen, die die Ultras starten, Fangruppen starten, aber vor allem das Thema Fankalender, was sie ja wirklich oft machen, jedes Jahr machen, jetzt der 18. Fankalender am Start wird's ab dem Unionsspiel erhältlich geben, ähm, der Spendenempfänger ist diesmal die Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar und da wurden eben einfach schon seit 2006 über 200.000 Euro eingesammelt und gespendet, das ist einfach bockstark. Union Berlin, am Sonntag kommt der Tabellenführer und das, das, das auszusprechen ist immer noch irgendwie komplett absurd. 2019 sind wir gegen Union in der Relegation im direkten Duell zweimal quasi rausgeflogen, abgestiegen, ähm, und das, ja, wir sind, wenn man so will, ist immer der Startschuss von diesem ganzen absurden Union, was hier abgeht, also was den Erfolg angeht, den so, glaube ich, keine Sau erwartet hätte, seit er eben Klassenerhalt, Conference League gespielt, jetzt sind sie in Europa League drin und jetzt eben vor dem 9. Spieltag einfach Tabellen führt, das ist ganz, ganz große Arbeit, die da geleistet wird, punktgleich mit Freiburg, ähm, auf 17 Punkten, zwei Punkte dahinter, die Bayern und Dortmund, zwölf Punkte für uns, um mal das mal noch dazu zu nehmen, äh, also die Favoritenrolle ist recht klar vergeben am Sonntag, seit Jahren holen die wirklich alles und wenn man auch ehrlich ist, noch mehr aus dem Kader raus, gerade was Punkte angeht und so weiter, ähm, letztes Wochenende erste Niederlage, in Frankfurt eingesteckt, gestern der Sieg in Malmö in der Europa League, auch der erste Sieg da in der Gruppenphase, sehr schön, was vor ein paar Wochen schon war, ist das Comeback von Timo Baumgartl, ja, auch VfBler durch und durch, ex-VfBler aus der Jugend und so weiter, schön, dass da dieses Comeback gab nach der Krankheit, ähm, und am Donnerstag nächste Woche geht's für die Wieder-Europa League gegen Malmö, diesmal zu Hause und daneben, danach eben auch das nächste Bundesliga-Programm, ist das Topspiel gegen Dortmund. Dreierpack und zwar an Heimspielen, ne, ist bekannt, ich muss trotzdem mal sagen, weil es, weil es extrem knackig wird und extrem wichtig wird, Union, Bochum und Pokal gegen Bielefeld, drei Heimspiele am Stück innerhalb von zweieinhalb Wochen stehen an, generell auf die Phase gesehen bis zur WM, die jetzt auch schon bald kommt, ne, Mitte November ist die Saison erstmal unterbrochen, ähm, die werden wichtiger denn je, die Heimspiele, wenn man gerade auch den Vergleich sieht zu den Auswärtsspielen, die wir noch zu spielen haben, zu Hause, wie gesagt, Union, Bochum, dazu noch Augsburg und die Hertha, Hertha auch in der englischen Woche, da muss was gehen, da darfst du gefühlt kein Heimspiel verlieren, da sind auch viele direkte Konkurrenten dabei, mit Augsburg, Bochum und Hertha natürlich, auswärts geht es noch nach Dortmund, nach Gladbach und nach Leverkusen, da wird halt, ja, vermutlich eher weniger drin sein, punktemäßig. Rekord einstellen, Fragezeichen, es gibt am Sonntag nämlich einen großen Bundesliga-Rekord einzustellen, so wie es aktuell läuft, brauche ich eigentlich dazu, dazu erwähne ich, bloß trotzdem, natürlich ein Negativ-Rekord, klare Geschichte, Rot-Weiß-Essen hält diesen Rekord seit den 70ern in den Heimspielen und da haben sie nämlich 26 Spiele in Folge, mindestens ein Gegentor zu Hause kassiert, wir sind aktuell bei 25 Spielen in Folge, also 25 Heimspielen in Folge. Andere Statistiken, die auch interessant ist für dieses Spiel natürlich, wir haben noch keine Heim-Niederlage eingesteckt gegen Union Berlin in der Bundesliga, ebenso haben wir aber auch gegen Union Berlin noch nie gewonnen in der Bundesliga, generell heim und auswärts. Aufstellung, heute Freitag war die PK, ist ja meistens zwei Tage vorm Spiel, also heute, so auch wieder Vorbericht, plane ich immer zwei Tage vorm Spiel. Sosa ist zurück im Mannschaftstraining, Wagnermann ist noch raus, keine Option. Endo und Ito bisher nur im Teiltraining gewesen, das sind sie aber optimistisch, das sind Optionen, wer denn am Sonntag. Und es gibt auch die klare Aussage, dass Florian Müller weiter die Nummer 1 bleiben wird, also es wird kein Bredel im Tor stehen am Sonntag. Endo schätze ich mal ein, dass er spielen kann, der wäre halt auch so elementar wichtig bei uns als Kapitän. Denn Zagadou, dadurch natürlich durchaus eine realistische Option für sein Startelf-Debüt, eben durch die Möglichkeit, dass Ito nicht ganz fit wird. Auch die Aussagen auf der PK gehen durchaus in diese Richtung. Sonst die Frage, ob man halt auch mal einen Silas oder so rausnehmen könnte, sind ja viele nicht auf ihrem Niveau quasi Performnisse eigentlich können. Es gibt aber irgendwie nicht so richtig Startelf-Alternativen. Klar, du kannst Späder-Thomas bringen, kannst Perea bringen, bla bla bla, Eckloff und so. Aber so richtig Startelf-Optionen, jetzt auch nachdem Wagner noch ausfällt rechts, ja, wird wohl Silas spielen. Damit stehen wir bei Müller, Zagadou, Anton, Dinos, Sosa, Karasor, Führig, Endo, Armada, Silas und Gerasi. Prognose, und da sind wir eben beim Thema Top-Klubs. Gegen die tun wir uns meistens besser, siehe Bayern, siehe Leipzig. Vor allem eben besser als gegen Klubs, wo man meinen sollte, yo, da kann man auch mal gewinnen. So gegen Abstiegskampf-Konkurrenten tun wir uns meistens schwerer als gegen Top-Klubs. Warum auch immer, ob das eine mentale Frage ist, keine Ahnung. Das kann natürlich Hoffnung machen, auch dazu, dass wir noch nie gegen die verloren haben zu Hause. Letztes in beiden Saisons als perfektes Beispiel. Die beiden Heimspieler habe ich beide ziemlich schwach in Erinnerung. Vor allem das letzte Saison gegen Union, Fahr hier lassen wir eine Treffer. Das Saison davor war Kaleitic-Doppelpack kurz vor Schluss immerhin noch einen Punkt geholt. Also egal, wie schwach wir waren, was wir aktuell sind, immerhin einen Punkt geholt gegen Union zu Hause bisher. Und vielleicht auch, dass es ein bisschen anfällt, dass eben Union sich einpendelt. Es ist nämlich absolut ein Duell zwischen Underperformern bei uns und Overperformern bei Bochum, auch so Statistiken wie Expected Points, also die zu erwarteten Punkteausbeute nach der eigentlichen Leistung in den Spielen, das sind wir mit am stärksten unten dabei. Was Underperformer angeht, müssten wir eigentlich vier, fünf Punkte mehr haben. Nicht nur nach Gefühl, sondern auch nach Statistik. Jetzt eben erst die Niederlage in Frankfurt, die erste in der Saison für Union. Meister werden die ja auch nicht. Also irgendwann wird sich das einpendeln. Ich würde mir wünschen, dass irgendwer anders Meister wird als Bayern. Klar, Geschichte. Ich glaube, die werden nicht auf ewig auf der Eins bleiben, da oben, die Unioner. Vielleicht pendelt sich dann so langsam, vielleicht fängt es jetzt an, dass sich so ein bisschen einpendelt, diese Punkteausbeute eher dem entgegenkommt, wie sie eben spielen, sich so ein bisschen normalisiert. Ich denke mal, den Essen-Rekord stellen wir ein, so blöd sind wir einfach defensiv. Aber wir holen ein 1 zu 1 gegen Union, wie auch letzte Saison. Ihr könnt abstimmen in der Community-Tab und natürlich eure Meinung in die Kommentare. Und dann hier, wie immer noch, der gesamte Spieltag getippt, der gesamte neunte Spieltag, auch mit dem Top-Spiel der Bayern in Dortmund. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, da ist ein kleines kostenloses Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Mal.